Ich zeige mal, wie ich hier Zahlen zusammen verbinde und die dann auch in meinem Motiv hier mit verschweiße. Also zuerst mal, ich hebe hier jetzt die Gruppierung auf. Das hier ist jetzt die Schrift Fulga Swann. So, hier hebe ich jetzt erstmal die Gruppierung auf. Gruppierung aufheben. Ich schiebe jetzt eine Buchstabe, schiebe ich jetzt etwas näher hier ran, markiere alle und gehe hier hin, hier hin und hier, damit der Abstand gleich bleibt. Dass das also eben etwas näher zusammenkommt. Das kann ich jetzt wieder gruppieren oder verschweißen, äh, äh, verknüpfen, Pfad erstellen. Aber die möchte ich ja verbinden. Jetzt ziehe ich hier ein Viereck. Und schaue, wie groß das sein muss. Kann ich nach Wunsch. Und das dupliziere ich jetzt des Öfteren. Und noch mehr duplizieren. Und duplizieren. So, ich tue jetzt mal einfärben, zum besseren Sehen. Das mache ich jetzt mal in Rot. Und die Schrift mache ich in Schwarz. Achso, das ist ja Linienfarbe. Die Schrift mache ich in Schwarz und das mache ich in Rot. So. Jetzt gehe ich hier. Und ich verbinde jetzt hier. Das hier alles. Oben mache ich vielleicht ein bisschen schmäler. Aber das bleibt mir überlassen, wie ich das mache. So. Die kann ich natürlich auch schmäler machen. Das ist alles nach Wunsch. Und verschweißen. Jetzt sind die erst mal verbunden. Und das kann gelöscht werden. Jetzt habe ich hier mein Motiv. Das habe ich auch selber erstellt. Dann mache ich jetzt. Ich zeige mal eben, wie ich das Herz gemacht habe. Dazu ziehe ich jetzt eben ein Viereck. Und einen Kreis. Mit gehaltener Großschreibtaste ist der Kreis gleich. Das setze ich jetzt hier mittig hier drauf. Das muss genauso groß sein, breit sein, von der Breite, wie das hier. Jetzt gehe ich hin und verschweiße das. Und hier eine Kopie drehen. Unten und rechts bündig. Jetzt kommt immer darauf an, wenn mir das hier zu tief ist jetzt, dann müsste ich das hier ein kleines bisschen kürzer machen. So, mache ich das noch mal. So. Unten und rechts bündig und verschweißen. Und 15 Grad drehen. Oder 85 Grad drehen. So. Jetzt habe ich hier mein Herz. Davon mache ich jetzt noch ein Offset. Offset. Jetzt kann ich hier gucken, wenn ich das hier unten nicht abgerundet haben möchte. Kannst du das hier machen. Und hier die Punkte löschen. Dann hätte ich das hier auch spitz. Jetzt erstelle ich hier ein verknüpfend Pfad. Aus beiden. Die müssen jetzt hier mit verbunden werden. Ich ziehe es hier ein bisschen runter. Ich möchte das jetzt etwas länger machen, das Herz. Was passiert, wenn ich hier dran ziehe? Geht das im Ganzen länger. Weil das ist hier auch jetzt schräg. Dadurch, dass ich das gedreht habe. Jetzt gehe ich einfach hin. Ziehe hier einfach einen Strich. Kreise, was weiß ich. Das ist irgendwie ein Motiv und das gruppieren. Und jetzt kann ich das auch nach unten ziehen. Ich lebe die Gruppierung wieder auf. Und weg damit. Jetzt gucke ich hier, dass das genau alles hier ist. Wenn mir das jetzt zu weit hier rein ist. Mach ich dann noch ein bisschen kleiner. Und hier oben. Kann ich dann auch noch ein Viereck ziehen. Und das tue ich jetzt verschweißen. Und somit hätte ich jetzt das Motiv fertig. Hier zeige ich das noch mit einer Schriftart. Das habe ich das gleiche gemacht. Hier verschweiße ich das auch. Was ich noch machen kann. Ich ziehe unten eine Linie. Und verschweiße das auch. Dann habe ich das in einem durch. Das, was einem eben am besten gefällt. Problem, was man eventuell auch haben könnte. Wenn ich jetzt hier was ausschneide. Fehlt das Innenleben. Dann braucht man Stenzelschriften. Manchmal aber gefallen die nicht. Und so ziehe ich jetzt hier einfach über das und das. Ziehe ich jetzt auch ein Viereck. Markiere alles. Gehe hier auf Subtrahieren. Und dann kann ich das natürlich jetzt auch genauso hier verschweißen. Aber so würde ich jetzt auch nicht den Buchstaben hier verlieren. Also hier das Innenleben von den Buchstaben. Wenn ich die Stenzelschrift nehme. Hier gehe ich jetzt auch hin. Und verschweißen. Und so habe ich das jetzt auch. Könnte jetzt auch hingehen. Die Schriftart ist jetzt auch nicht so toll. Aber könnte ich jetzt hier auch ein bisschen kürzer machen. Oder ich mache das hier ein bisschen hohl. Einfach etwas in der Punktebearbeitung. Könnte ich auch machen. Und wieder verschweißen. So kann man das machen.